Das Hotel Hilton Mailand liegt in Mailand in Lombardei. Das Hotel Hilton Mailand ist sehr beliebt unter den Gästen. 94% empfehlen das Hotel weiter. 71 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,9 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Sauberkeit, häufiger Wäschewechsel, gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon. Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,1 von 6 Sonnen. Service. 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Gastronomie. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den kulinarischen Angeboten des Hotels und vergeben 4,9 Sonnen von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,2 von 6 Sonnen wert. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.